Hallo und Willkommen zurück bei 7 Days to Light. Wir joggen immer hier noch durch die Wildnis auf der Suche nach einem Bären und einem Huhn und whatever. Er rennt hier schon mit der mp5 rum. So, während wir hier so erkunden... Ich muss hier ein bisschen Tierfett essen. Lecker, Tierfett. Tierfett ist geil. Hey, Kollege! Er hat wehgetan, ne? Ja, ein Kollege überseht da. Das Haus am See... Oh, ja, dann hab ich übersehen. Das Haus auf dem See... Also hier ist das super. Oh, hier links geh ich mal hängen. Zeltplatz? Ah, hier bist du eher so. Zeltplatzzug. Was gesavedes wieder. Hallo! Guten Tag! Oh, hey Freunde! Freunde! Fahr mal Mais ab, ne? Was ist? Hey Freunde! Was ist los? Du musst uns ja nicht sagen, dass es weh tut, oder? Das ist ein bisschen... Uh! Adler! Sau! Geier! Whatever! Du! Noch einer! Sau! Geh dann! Einer! Hier sind noch einer draußen! Zwei! Sorry! Ich bin jetzt schon hier im Zelt! Ich bin im Zelt! Oh, jawoll! Ah, geil! Außen liegen nochmal zwei Geier! Ja! Bei dir! Und... Oh! Jetzt hab ich gar keinen Platz mehr! Ich bin schon wieder voll! Was? Was schmeißt du da weg? Holz, Stoffwitzen, lehmige Erde. Okay. Was können wir denn da so wegschmeißen? Das ist vor allen Dingen was... Hier ist so ein scheiß Knochen. Willst du Blaubeersamen? Ne! Heidelbeersamen? Nö! Zerlegen... Dann mal zu die Räuschen hier, ne? Ja! Ja, ich komm... Ich komm dir hinterher. Da ist das Haus auf dem See... Das, was du von Anfang an gesucht hattest, wo du bauen wolltest. Ja! Aufgabe, ne? Dahinter ist die große Fabrik. Ja! Aber... Problem ist, wenn wir da gebaut hätten... Ey, die hätten uns unten alles weggekloppt... Wär alles zusammengebrochen. Leider. Komm mal auf dem Bootchen. Mhm. Da ist ein Fisken, da ist Benzinchen hinter dir. Und das wo? Da ist nochmal Benzin... Hier vorne ist auch nochmal so ein Benzinfass. Ich komm raus, bevor wir das Benzinfass schlagen. Der hat mich jetzt erwischt, halte ich den zweiten, ne? Alles easy. Wir sind zu zweit. Er hat Freunde dabei. Ja? Ja? Hier stimmt doch irgendwas. Also da schreibt nicht! Ach Klamotten. Die, 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 die. Wie zieht hier aus? Hier ist was. Kann man das Brot nicht benutzen, ne? Ja, das wär cool. Einfach ein bisschen rumfahren auf dem See. Ja, sammeln. Bitte was? Damina sammeln, dann geh ich da rüber. Ja. Ja, Bierchen feige ich mir vorher noch rein. Gönn dir. Ähm. Du bist nass. Das wäre die Säulen. Du hättest die ganzen Säulen alles aus dem Stein gemacht oder hier Beton und dann hättest du überall Spice rumgetascht. Ja, ja. Stell dir mal vor, ich wollte es gerade sagen, stell dir mal vor, dass diese, ähm, die würden im Wasser absaufen. Fertig, aus. Ja. Ja. Ja, oder diese Säulen wären halt unzerstörbar. Oh, die ist kalt. Ich finde es so geil, dass du im Wasser läufst. Ich finde es so geil. Ich könnte mich fortschmeißen, echt. Echt? Ich laufe im Wasser? Du läufst im Wasser, ja. Ach, darum. Ja, ja. Ich laufe auf den, äh, im Wasser ist blöd, also, oh ja, das, älgeier. Hey, Kollege, den trigger ich jetzt mal nicht, also ich, ach ja. Du oder ich, oh, zwei Stück, Achtung, er kommt. Der andere. Jawoll. Oh, der ist abgeschlossen. Dem, hey Mutti. Alles Roger? Komm, lass mir doch mal das, den Schädel spalten. Oben sind Kisten. Oben sind Kisten. Die könnten wir ausmisten. Zerlegen. Zwei Pistolen brauchen wir nicht, oder? Krieg ich mal ne Antwort? Kannst du zerlegen. Gut. Zerlegen. Ich hab was geiles gefunden. Zerlegen. Was denn, was denn, was denn? Was hier? Was, 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 was das? Gyrokopter. Oh, Gyrokopter? Ich bin Helikopter. Ach so, äh. Wo hab ich denn das jetzt? Ach da, ja. Den behalt so lange. Ne, ich geb's dir wieder. Ich will das gar nicht, ich bin fast voll, deswegen. Hier, hier, bitte. Ich will das gar nicht. Oh, dieses kleine Schlösschen da drüben. Ja, das ist die Fabrik. Das ist die Fabrik. Das ist die Fabrik. Dann gehen wir einfach. Scheiß drauf. Ja, komm, ab in die Fabrik. Oh. Oh. Oh, Luft, Luft, Luft. Oh. 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 Alles schön flach gemacht. Ich weiß gar nicht mal, du kannst doch Erde und Erde wieder aufschütten. Wie ist das eigentlich im Wasser dann, die Erde, weißt du? Oh. Du kannst sie ja einen Weg hinbauen. Ja. Erde. Oh, ich weiß nicht, ob das so... Oh, ich weiß nicht, ob das so... Aber rein theoretisch schon. Dir ist kalt. Du bist im Wasser. Halt die Fresse. Du bist schon wieder im Laden. Überleg mal jetzt. Da hinten sind auch ein paar... Bisschen Schwein. Oh, geil. Schwein töten? Jawohl. Du hast ja vielleicht schon bei dir drin, ne? Ja, ja, ja. Ich guck mir mal den Berg an, ja? Gönn dir, guck dir den Berg an. Gönn dir, guck dir den Berg an. Das macht man so alles hier. So. Hm. Da sind ein paar Häuser mehr, du. Da hinten sind auch noch welche. Oh, ja. Oh, ja. Krass. Wo gehen wir hin? Hier zu dem? Den kürzesten weg, ne? Ja. Oh, Geronimo! Du kannst nicht atmen, halt die Fresse. Klar kann ich atmen. Läuft! Da sind Freunde. Hm? Die kommt schon auf uns zu. Ja, ja, ja. Wieso bist du denn schneller im Wasser als ich? Was soll denn das? Du warst doch hinter mir. War ich hinter dir? Was soll das? Bedrug! Bedrug! Sollen wir das Haus klären, oder? Ja. Ich kümmere mich mal kurz um die Gesellschaft hier draußen. Ja, dann mach ich das auch. Ein bisschen hier verfickter Eingang. Eins. Zwei. Alles klar. Easy. Ich komme. Oh, Mann. Oh, Mann. Was? Ah, hier unten ist offen. Toll. frank will ich nicht will ich nicht halt das ist gerade ich wollte gerade zeigen ich habe die tür doch zugemacht man maschine hier unten unter der treppe steht noch was ich habe den eingang da oben ist ein Koffer der ist leer alles klar du bist wo bist du du bist außen der in den das Dach irgendwie hoch oder so irgendwie höre ich doch hier schon wieder Freunde Hallo ich werde auch da was haben wir hier drinnen Jagdgewehr stufe 2 zerlegen tschüss was schmeißt du denn da alles raus Taschenlampe okay Maschinenpistole Level 1 hohohoho ja hier was wir gehen mal hausbesuch machen fabrik fabrik besucher an der ersten raketenwerfer da ist auf der brust was er gehen wir auf der schulter nach gut durch den kranken bastard doch an gut ihn euch an alte eh nicht toll jetzt vollgebracht ja 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 hallo alter musch hier schreck mich doch nicht so kühlschrank das bier wird getrunken können wir gar nichts hast du da oben freunde oder was ist los scheint als hättest du da oben echt freunde gefunden ich bin nur ganz oben auf dem dach aber keine ahnung ach so spur der leichen eine spur von die leichen flasterten seinen weg ich habe du tu du 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 duu Hör auf mit dem Zirkus hier draußen, mann, Tür zu. Ist hier noch einer? Nein, nur ein Rucksack. Ein leerer Rucksack, toll. Hier geht es wieder raus, okay, was sind die Kühlschränke drinne? Bier. Heute Abend können wir Party machen. So viel Bier, wie ich eben gefunden habe, hier ist doch schon wieder irgendwo einer. Ist der bei dir? Guck mal. Hallo? Hallo? So, Freunde, wo bist du? Ja, bist du. Freunde? Ohne dir? Freunde? Hier sind keine. Hä? Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Hinter mir. Ne, ich bin nicht hinter dir. Ach so. Boote. Boote. Oh, das waren die, die zusammenbrechen, sobald du drauf gehst, oder? Oh, nein. Alter, der ist Server. Warte, ob da was drin ist, oder nicht? Passelt noch nicht an. Ich habe dich auch noch nicht. Komm hier. Ja, komm hier. Guck mal, da kannst du anfassen. Bei dem anderen habe ich nur das Fass runtergenommen, da war es Geschichte. Tasche drin. Und eine Tasche oben drauf. Jetzt zusammenfällt, dann. Oh nein. Wasser. Wasser. Du kannst hier nicht atmen und du bist nass. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Kannst du nur noch Material mitnehmen? Muss ich gleich mal gucken, wenn ich wieder an Land bin. Also dann komme ich in Wasser hier rauskommen. So. Zack, was kann ich noch mit? Oh nein, ich bin relativ voll. Also wenn du nichts hast, was ich so doppelt habe, dann... Was ist das? Schmeiß einfach mal hin. Geschmiedetes Eisen geht nicht. Jetzt rappelvoll. Ich auch. Also deswegen sag dich, wenn du nichts... Wenn du ein Doppeltes, kann ich gerne nehmen. Aber... Oh, was haben wir hier? Oh, zum Ende der Folge finden wir doch noch was Tolles. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns nächste Folge. Bis dahin, gehabt eine schöne Zeit. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. ARD Text im Auftrag von Funk